Prof. Hastig ist ein Typ, der schläft unheimlich schnell ein, wenn es nicht laut genug ist. Und wenn er länger als eine Minute schläft, dann lässt ihn sein Gehirn zu den Ohren raus. Und das müsst ihr unbedingt verhindern. Viel ist schon ausgelaufen. Hoffentlich heute kein Tropfen. Eins, zwei, drei, Prof. Hastig! Groß und klein, ich weiß auch den von lieb und gemein. Ich weiß, wer im Zufall Präsident ist und welches Tier den fisst. Ich weiß, wie du deine Freundin begrüßt. Einmal vor und einmal zurück. Ich weiß, wie du deinen Boss belügst und dass du so ein Haft mit Wickel kriegst. Ich weiß, wie man eine tolle Macht und mit dem Ohr fadern den Tag und da kracht. Hast du ne Frage? Komm erstmal zu mir. Wir müssen unsere geballte Kraft bündeln wie ein Laser. Eins, zwei, drei, Prof. Ich weiß, dass man sehr gut und lästig ist und viel Lopulver in den Ausstieg spritzt. Ich weiß, dass man keine Glocke berührt und wie man zehn Däger manikürt. Hast du ein Problem? Komm erstmal zu mir. Wir machen das aus hier. Ich weiß, dass Ernie ist wirklich viel frei. Und jeder bei seinem Stoff soll da bleiben. Und wenn er die Kastanen kommt, dann wird er verfügelt und keiner träumt. Und ich, ich zeig euch den John. Bitte helft ihr mir aufzudecken. Ich zähle drei vor. Und ihr ruft ganz laut Professor Hastig. Eins, zwei, drei. Professor Hastig. Es hat nicht gereicht. Bitte noch einmal, nehmt eure Kräfte zusammen. Eins, zwei, drei. Professor Hastig. Musik Judy Musik Musik communizip Illpodcast Musik Musik Vielen Dank.